Hallo Leute! Heute zeige ich euch mal wieder ein russisches Rezept. Es gibt kleine Hörnchen mit Marmeladenfüllung. In Russland sagt man dazu Ragalike. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Der Teig ist super simpel. Man benötigt dafür lediglich Mehl, Schmand, weiche Butter, Backpulver, Vanillezucker, eine Prise Salz und etwas Zucker. Zunächst werden alle trockenen Zutaten miteinander vermengt und dann kommen noch Schmand und Butter dazu. Alles wird miteinander vermischt bis ein fester Teigklumpen entstanden ist. Da der Teig relativ klebrig ist, kommt er noch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank zum Ruhen und dann lässt er sich auch besser ausrollen. Nach der halben Stunde teile ich den Teig in zwei Teile und rolle den einen Teil schon mal kreisrund aus. Und das mache ich gerne auf Backpapier. So klebt mir der Teig nicht auf der Arbeitsplatte fest und lässt sich auch viel einfacher ausrollen. Der ausgerollte Kreis sollte dann ungefähr eine Dicke von drei bis vier Millimetern haben. Ich teile ihn dann in gleichmäßige Sektionen ein. Dabei kann man nun entscheiden, ob man etwas größere Hörnchen haben möchte oder eben etwas kleinere. Bei der ersten Portion mache ich die etwas größeren, bei der zweiten dann die etwas kleineren, einfach um einen Vergleich zu haben. Und dann am Ende des Videos kann ich euch ja sagen, welche mir am besten gefallen haben. Als Füllung nehme ich ganz gerne Pflaumenmus oder Sauerkirschmarmelade, aber da habt ihr wirklich freie Wahl. Ich nehme sehr gerne Pflaumenmus, weil es beim Backen ja fast gar nicht ausläuft, wenn man denn beachtet, dass man beim Rollen der Hörnchen sie am Anfang schön fest drückt, dass an den Seiten eben nichts heraus laufen kann beim Backen. Und dann kommen sie eben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und werden bei 180 Grad circa 20 Minuten gebacken. Wichtig ist, dass die Hörnchen nicht zu dunkel gebacken werden, dann bleiben sie auch lange schön saftig. Nach dem Backen und Auskühlen bestreue ich sie noch mit ein bisschen Puderzucker. Und jetzt wollen wir sie mal probieren. Ich habe hier ein etwas größeres Hörnchen, das ist mit Pflaumenmus gefüllt und das ist ganz, ganz wunderbar und fluffig und ganz lecker. Und auch das kleine Hörnchen, das ist hier mit Sauerkirschmarmelade gefüllt. Also mein Favorit sind auf jeden Fall die etwas größeren Hörnchen mit Pflaumenmus, einfach weil sie ein bisschen saftiger sind. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaltest beim nächsten Mal auch wieder ein. Dafür würde ich dich bitten, meinen Kanal unten zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Dann wirst du auf jeden Fall erinnert, wenn ein neues Video online geht. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.